So Leute, der Shop aktivisiert sich in ganz genau 4 Sekunden. Ich hoffe, wir bekommen irgendeinen neuen Skin in den Shop rein. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Oh, okay. Fischstäbchen. Okay, sieht mega witzig aus. Dann haben wir hier noch die passende Hacke. Okay, feiere ich jetzt nicht so. Und der passende Hängegleiter. Okay, das kann man sich auf jeden Fall holen für 800 V-Bucks. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch... Okay, Oberknacker ist auch wieder zurück. Sie ist auch wieder da. Nice. Dann haben wir hier noch Popsternchen. Dann haben wir noch Raufbolden. Feiere ich jetzt auch nicht so. Dann Ausflug. Okay, den Hängegleiter habe ich bis jetzt noch gar nicht hier gesehen. Dann die Basketball Skins. Kann man sich auf jeden Fall holen für 1200 V-Bucks. Dann Pempelhacke. Ziemlich nice Hacke. Dann haben wir hier noch Sehther. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.